Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Mal wieder des Nachts. Draußen ist ganz dunkel. Da sieht man das. Voll dunkel. Da draußen ist, wir haben jetzt 23 Uhr und draußen ist dunkel und ich bin im Sportkeller. Ja, so macht man das. Noch ein bisschen Sport für den Tag, damit ich nicht so ein schlechtes Gewissen habe. Also nach dem Intro geht es los und dann wird so richtig reingekloppt mit coolen Übungen. Zugucken, nachmachen. Runter vom Sofa. Bis dann. 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 Das war mein heutiger Sportvlog, ich nehme mal unter hier, mein heutiger Sportvlog, am Ende nochmal ein paar Klimmzüge gemacht, super, hier an dem Gerät da hinten kann man echt so viel geile Sachen machen, macht Spaß, legt euch auch sowas zu, war gar nicht teuer, also macht auch Sport, geht runter vom Sofa, macht was, tut was, bewegt euren Arsch, also Cheerio mit Sophie, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.